mit der Eule nichts zu tun haben. So, Bombe hin. Ablegen. Und dann gehen wir rein in diese Quelle hier. Feenquelle. Davon gibt es unterschiedliche Einwände, die die Verlorene in Wäldern gefunden haben. Wo es diese fliegenden Feen gibt und diese Art von Feenquelle hier. Da brauchen wir eben die Ocarina. Und müssen Zeldas Fliegenlied spielen. Und dann werden wir normalerweise mit Verbesserungen ausgestattet. So. Und in diesem Falle sollten wir unsere Magieleiste dazu bekommen. Für die magisch aufgeladene Wirbelattacke. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das hier in dieser Röde steht. Nein, du bist ja noch hässlicher, als du so komisch ist an hier. Die Fähigkeiten. Dann gib mal Fähigkeiten. Ach ja, und unsere Lebensmittel hier lädt sich nebenbei auch noch viel auf. Das nur mal so am Rande bemerkt. Yay, ich beherrsche die kraftvolle Wirbelattacke. Cool. Jo, machen wir auch. Sobald sich die Möglichkeit ergibt. Ja, wir haben die Fähigkeit erhalten und gleich die Zeit. Ah, verdammt, ich bin schon über die Zeit. Miss. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kriege das noch ein. Ich hoffe, ich kriege das noch eine Ahnung. Nee, ich habe auch nicht gut verletzt. Ich möchte mich viel über die Hände.